schön aber gern ich komm mit dahinten rüber, ich schubs immer generatoren die Kalle mit der Kelle rennt da hinten rum die Galaxy sucht gerade weiter tja jetzt werden wir irgendwie runden sein müssen oh hier sind viele Flugzeuge der ist hin uff, da hinten der ist auch hin der ist auch hin ach, das wird wieder relativ schnell bumm 1,40 Sekunden wir sind schon drinnen ja noch nicht 5 Sekunden 5 10 5 10 schwere feindliche Einheit gesichtet Sichtkontakt zum feindlichen Ingenieur feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet ja oh der arme Gurknecht Schweine oh das habe ich auch noch ein gegeben noch viel größere Schweine schade ach hier rubbel die Katz ist echt schon viel zu schnell da hinten den Generator noch beschützen ich habe jetzt alleine ein Heavy und ein Panzer kalt gemacht um meinen Sanderer zu schützen das ist nicht für die zwei Leute zack rum darfst du nicht auch mal gut sein na scheiße, das hat mich schon der nächste wo bist du denn von der Station aus gesehen? ich bin platt jetzt, ist egal kommt gerade an der nächste Panzer wo denn? wie gesagt, platt der erste der erste der erste Sanderer hatte sich ja wieder mitten mittig gestellt dass du ewig weit raus fahren musstest bis du mal deployen kannst und ich war im Osten da kommt die praktisch vom Warp Gate her lang so ungefähr also von 100 Sub-Stage komm ich noch lang zack sehr gut und wo war das? alles umgedreht sehr schön sehr schön bam so jetzt müsste das SKE auch noch angreifbar sein glaube ich okay ich habe nicht schon mal eine Tausend Tabs zusammen Das war einmal Zeit geht jetzt da hinter hinten genau SKE in Gefahr SKE Den haben sie in der Luft platt gemacht Wie geil, sah gut aus Zack Jetzt geht es So was von bergab Na Ist da unten drin Ja, Spezialist Man hat ein Feind durch das rote Schild Oh nicht durch Nee, aber die Explosionswelle geht durch Also wenn du exakt wirfst Dass du genau vor die Tür Schmeißt Warte das So, zeig mal Ach Wir sind ja gleich vorne Und da kämen die Blauen Wo dann gehen wir denn jetzt Da links Richtung Blaue Schild ist weg Ja, das sind zwei Minuten alles down Jetzt hat schon eine Granate gebraucht Ach Leute Zack, zack Ich kann leider nicht ganz stehen bleiben Oh, da oben ist ein Next drinnen Gleich unten sind wir nicht Sind noch zwei Stationen mindestens Wenn da anders rumläuft Sind wir noch mehr Wo ist die Gegner schon auf der Night? Ich seh nix Zünder in der Hand Wozu? Wir machen hier schon Posing Hey, stell dich hin Sieht besser aus So Kurz vor dem Sieg Ach, die kommen jetzt hier runter Ne? Die Blauen Ach, die Roten sind auch noch da Ach, Quatsch Wir gehen hier rüber Und dann gehen wir von Ring nach unten Hepp So Wir haben die Einrichtung erobert Brutalo Oh, jetzt sind wir tief Hepp Ich bin nicht gesetzt Jawohl Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich versuche durchzukommen Okay, hab's geschafft Ich bin leichtsinnigerweise direkt vor Tore gefahren Da kam direkt Sandra An mir war als Panzer Alles an mir vorbei Kapariert 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 Herrlich Klappt da wieder wunderbar Wie am Schnürchen Ist echt alles schon fast Vorhin da haben wir Übelst auf sie mal gekommen Aber dann haben sie sich Irgendwie rucki zucki verpisst Wohin denn überhaupt Keine Ahnung Inter sind Inter sind sie ganz gut dabei Amorischen Inter sind Mehr von denen Wir waren wohl zu schlecht Hat sich nicht gelohnt als Ziel Oder was Ja okay Dann wollen wir jetzt Immer volles Ja volles Blutinchen Bis auf einen Platz Finde ich mir aber gar nicht so schlecht Okay Taktisch Gehen wir natürlich nicht vor Das müssen wir noch Immer schön an der Linie lang Ja Dann nützt dir nix Nein aber ich meine Wie die das machen Die sichern die Eingänge Wir stehen hier oben Zwei Geschütze an der Treppe Ja Die knallen da runter Die haben doch ihren Spaß Mit unserem Zerg Kalle mit der Kelle Schreit schon wieder Reparaturen Wo nüllst du denn Kalle Macht hier irgendjemand Musik Ich rutsche wieder ab Also ich bin zu dumm den Berg Rauf zu klettern Ist immer ganz furchtbar Ja Ist schade Ist schön erfolgreich Oh 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 Da ist schön Warte 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 Hephep Ja Oh ja Da sind Flieger Im äh Nordwesten Flieger ohne Ende Ja ich steht da Aber ich kann halt so stehen Strecken weil ich hab Lightning genommen Pfff Geht aber raus Als ob sie auch hier übelst Schon Einen drauf kriegen Jetzt hab ich natürlich Den falschen Ding ist dabei Ist irgendwo ein Sundara Stell mal den Sundara hin Ich könnte mir ja mal So ein Lightning holen Ich hab auch so ein Luftlightning Ja mit dem Wärst du jetzt Ja sehr gut beraten Ich krieg ja leider Nix hin im Moment Weil ich hab ja Diese Ausrüstung nicht Wo ist die Gelexi Dahin Ja lande mal Die Gelexi Kilometerweit entfernt Da bist du getroffen Zander Abgehauen Wo ist die Zander Die wollen vorwürgen Zwei Zander Hinter dem Wald im Nordwesten In dem kleinen Weltchen Zwei Stück Da muss man auch vorwürgen Hap 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 Da auf den Berg Da wird's open Da wird's open Vielen Dank.